Espresso Tycoon Espresso Tycoon Espresso Tycoon Espresso Tycoon Espresso Tycoon Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezaugt hier bei der Demo von Espresso Tycoon Die Musik hat mir vorhin schon so richtig Laune gemacht Ich finde die so saucool Ich hoffe das Spiel ist genauso cool Ich muss allerdings die Musik nach unten drehen erst einmal weil sonst hört ihr mich wahrscheinlich nicht Ja So, wir machen auch erst einmal die Einstellungen, ich gucke mal ganz kurz ob ich hier irgendwo Einstellungen machen muss, auf jeden Fall die FPS begrenze ich immer auf 60, Scamma lasse ich, V-Sync machen wir an Ich denke mal, dass das sehr hoch schon sehr hoch ist Nein, wir brauchen Ultran natürlich hoch, sehr hoch, dynamische Schatten Ja, das passt Alles klar, einmal auf Anwenden Jawohl, gut Anwenden und schließen Gut Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer Lasst euch den mal auf der Zunge zergehen was da vielleicht auf uns zukommen wird das macht auf jeden Fall mir richtig Bock auf das Spiel muss ich sagen und ich hoffe auch hier dass mich die Demo nicht also der Trailer nicht enttäuschen wird bezüglich der Demo Ihr wisst was ich meine, hoffe ich Gut, also viel Spaß erstmal beim Trailer und wir steigen dann gleich sofort ein in das Tutorial Bis gleich Hi Ich bin ein Ich bin ein Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich würde jetzt erst einmal ins Tutorial gehen. Demo-Mission können wir ja dann immer noch probieren. Hoffentlich ist es so gut oder vielleicht sogar besser als der Coffee-Owner-Simulator. Dann könnten das durchaus auch hier zwei oder drei Parts werden. Also wenn es länger dauert, werde ich auch hier wieder Hardcuts mit reinmachen. So, also legen wir mal los. Tutorial spielen. Okay. Ich blende mich mal ganz kurz aus. Hey, bist du neu hier, dann liebst du bestimmt Kaffee. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in diesem Geschäft. Ich vergesse immer wieder, wie lange es her ist, als ich angefangen habe. Wie auch immer, fangen wir an. Meine Marketing-Spezialistin, Joana, hat mich in ein paar Geheimnisse eingeweiht. Diese Nachbarschaft ist voll von Touristen. Warum kreieren wir nicht eine Marke für Sie? Okay. Erstelle eine Marke für Touristen. Dein Ziel ist es, eine beliebte Marke zu schaffen für Touristen. Passt die Marke mit dem Editor auf der linken Seite des Bildschirms an? Zeigt mir wie. Aufgabe, erstelle eine Marke für diese Kundengruppe. Touristen schließe Markenfenster, wenn erledigt. So. Ähm. Da können wir ein wenig was... Coffee to go? Das, ja. Ein Pot? Ne, finde ich hässlich. Ne, auch nö. Also. Hä? Was sind denn das für Symbole, bitte? Also das Flugzeug könnte man natürlich nehmen, ne, für Touristen, aber... Nein. Eine Banane? Ein Geldsack? Also. Es gibt aber definitiv viele, viele, viele Bilder. Also ich würde das hier nehmen. Ähm. Name. Ähm. Würde ich sagen, nehme ich diesmal Sleepless. Schriftart. Almond Cream. Oh, das ist... Oh, oh. Die haben sogar verschiedene... Schriften hier. Aber am besten hat mir jetzt eigentlich die hier gefallen. Oh, hallo Taube. Weg mit... Oh, die kann ich wegklicken. Nicht schlecht. So, farbemäßig würde ich tatsächlich auf mein Blau gehen. Okay. Okay. So, Markt... Ach so, Marktanalysen. Ja, die Marke ist für diese soziale Gruppe neutral. Touristen. Okay, das heißt, wir müssen schauen, dass wir hier unten vielleicht grün haben. Ich mach mal... Ich mach mal... Sie kommen zu deinem Laden wie die Bienen zum Honig. Jetzt müssen wir lernen, wie wir uns in der Umgebung zurechtfinden. Okay. Ja, Kapitel 1. Grundlagen. Fortschritt des Tutorials. Ist nix. Kapitel starten. So. Benutze die Tastatur, um dich in der Umgebung zu bewegen. Ja, Kamera drehen. Links, rechts. Ach, das ist zoomen. Ups. Wie kann ich die drehen? Ähm... Vielleicht mit R. Nee, Kamera drehen. Das geht mit der Maus auch nicht. Oder geht's mit der Taste? Nee. Mit der rechten Taste geht's auch nicht. Zeig mir wie. Mit dem Pfeiltasten, jetzt ehrlich? Ähm... Bewegung per Maus. Benutze das Mausrad, heran wegzoomen. Kamera drehen. Benutze die Pfeiltasten im Kamerapanel oder drücke P oder O. P oder O. Wer kommt denn auf so eine Tastenkombination, bitte? Na, ganz ehrlich. Na gut. Großartig. So bewegst du dich mit den strategischen Kameras. Es gibt auch einen Kinomodus, der dir viel mehr Flexibilität bietet. Probier ihn aus. Also hier oben kann ich auch drehen, ne? Im Übrigen. Wechsel zum Kinomodus. Kamera zurücksetzen. Kinomodus. Tada. Ui. Ui. Äh, Hilfe. Das ist, äh... Nein. Ganz ehrlich, nein. Äh, zieh dich im Kinomodus um. Betrete das Kaffee im Kinomodus. Ah, ich kann also hier so. We are closed. Äh, Kameraposition im Kinomodus zurücksetzen. Wechsel zum strategischen Kamera... Aha. Und wechsel zur... Alles klar, super. Prima. Nun, da du mit der Kamerabewegung vertraut bist, können wir uns an die eigentliche Arbeit machen. Dieses Kaffee hat Potenzial, aber es sieht aus wie ein stinkendes, schmutziges Lagerhaus. Als erstes müssen wir den Müll und die Laken entfernen, die die Arbeitsplätze verdecken. Ja, gar kein Licht. Hallo, ich würde gerne... Ja, die Abfälle vermeiden ist ja kein... Ach so. Okay. Das Kaffee sieht ohne das Ganze durcheinander viel besser aus, oder? Es sieht allerdings immer noch ein bisschen vernachlässigt aus. Das wollen wir ändern, indem wir die Wände und den Boden neu streichen. Okay. Kapitel starten. Äh, öffne Dekorationsfenster. Das ist etwas seltsam. Ich kann... Doch, das geht doch. Äh, Dekorationsfenster. Menü, Optionen, Dekoration. Äh, ändern Fußboden. Dieser Tickle wurde noch nicht erforscht. Name Boden. Raue Kiefern, Holzdielen. Bist du dir sicher, diese Aktion würde ich etwas kosten? Äh, ja. Oh, das ist nice. Das ist nice gemacht. Ähm, was auch seltsam ist, ich... Wenn ich normalerweise die Maus zu mir herdrehe, dann müsste ich wegzoomen. Aber in dem Fall ist es umgekehrt. Naja, gut. Ändern der Wand. Ändern der Wand. Äh, Name Wände Gips. Preis 4. Ja, warum nicht? Ja, bitte. Wahnsinn. Es riecht immer noch nach frischer Farbe. Oder besser gesagt, es stinkt wie verrückt. Wenigstens sieht das Café ordentlich aus. Und wird hoffentlich einige Kunden anloggen. Obwohl es noch ein bisschen leer ist. Also lass uns ein paar Möbel kaufen. So, wir gehen auf das Stuhlsymbol. Und, äh, habe zwei Tische. Übrig zwei. Oh, ich will drehen. Die Kamerasteuerung ist etwas... Aber es ist... Es, ähm... Dreht sich stufenweise. Okay. So. Gucken wir mal. Gitteranzeige umschalten. Okay. Was haben wir da? Serviettenhalter. Bücher. Da ist ein Tisch. Aluminiumtisch. Wir halten sehr vieles in... In dieser blauen Farbe, hätte ich gesagt. Ja, warum nicht? Da kann man schön rausgucken, ne? So, gucken wir mal. Und noch Stühle. Ich denke mal, dass ich auch hier spezielle brauche. Die da. Das geht nicht. Zwei. Kann ich euch drehen? Wahrscheinlich auch mit O. Ne. O und P ist es nicht. Äh, ups. Oh, bitte. Warte mal. Das da. Muss auf jeden Fall ein Stück weg, ne? Gucken wir mal. Können. Also, wer hat sich das bitte überlegt? Punkt und Komma. Alles klar. Machen wir das so. Dann nochmal bitte den Stuhl. Also, mein Punkt und Komma ist hier noch in Ordnung. Ach so, das soll immer nur eines sein. Ist doch auch ein Quatsch, oder? Großartig. Jetzt weißt du, wie du Dekorationsartikel kaufen kannst. Manchmal möchtest du sie vielleicht drehen, genauer verschieben oder sogar verkaufen. Probiere all das jetzt aus. So, dich wollte, dich wollte ich, hä? Reparieren? Ich würde den gerne nehmen. Öffne Dekorationsfenster. Ach so, und dann kann ich nur nehmen. Alles klar. Dann tauschen wir den, äh, drehen wir den. Ist natürlich immer eine Sache vom, von der Übung, ne? Ist ganz klar. So, Dekorationsgegenstand ohne Einrasten bewegen. Ich vermute mal, dass das mit Shift geht. Nein? Mit Steuerung auch nicht? Mit Space? Nö. Okay, dann warte mal, zeig mir wie. Ja, das ist klar. Alt, naja, natürlich, ne? Alt. Oh, yes. Das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Normalerweise hast du hier deinen Raster. Ne, passt doch. Verkaufe Dekorationsartikel. So, ähm, mit Escape eventuell? Nein. Eigentliche Sitzplätze sind zu weit, okay. Ähm, der Preis 2. Hm. Moment, wir gehen nochmal hier rein. Ah. Oder einfach nur hier reinziehen? Oder da rein? Backspace. Okay, nee. Ach, so geht es. Alles klar. Also, erst hier drauf klicken, Artikel verkaufen und dann den Gegenstand anklicken. Ähm. Schließen, Dekorationsfenster, wenn erledigt. Gut. Äh, bitte nicht hängenbleiben. Okay. Toll, dein Laden sieht nett aus, aber es ist noch ein bisschen zu ruhig. Lass uns Musik auflegen. Ähm, Musik in deinem Café abspielen. Kaufe eine Juckebox und lass Musik laufen. So, dann gucken wir mal, wo die Juckebox ist. Hey, Juckebox da. Ähm, Moment, ich würde gerne drehen. Dann tun wir nämlich die Juckebox da, ja. So. Zack. Nein. Äh, schließe das Dekorationsfenster. Spielemusik, Lounge. Yeah. Kim. Äh, das ist Musik in meinen Ohren. Ich liebe es. Nun, in diesem Geschäft habe ich eigentlich angefangen, jede Musik zu mögen oder besser gesagt den Leuten zu sagen, dass ich ihre Auswahl sehr mag. Aber ich vermute, die Kunden werden nicht kommen, um sich deine hervorragende Musikauswahl anzuhören. Sie werden kommen, um sich einen Kaffee zu holen. Also, lass uns ein Menü erstellen. Warte mal, ich würde gerne das hier nochmal. Ja. So, Kapitel starten. Dann, Vorräte. Äh, klicke auf das Menü-Symbol und füge einige Rezepte hinzu, um dein Kaffee-Repertoire zu erweitern. Dann machen wir mal das Menü auf. Wir nehmen natürlich, wir nehmen natürlich den Espresso. Oh, cool. Also, das habe ich ja in dem, in der Trailer schon gesehen, ne, aber cool. So, Espresso. Ähm, 35 Milliliter. Das heißt, ich kann das sogar erhöhen. Ja, 40 sollte man schon machen, oder? Also, Lässig, Studenten. Oh, verändert sich das da auch? Lassen wir es auf 50. Sehr. Minimal, warte mal. Wir wollen ja auch was dran verdienen, ne? Machen wir 40. Alles klar. Marktanalyse. Business werden diesen Kaffee bestellen als ihre erste Wahl. Und Studenten. Okay. Ähm, Basis. Espresso. Espresso. Das ist ein doppelter Espresso. Warte mal. Gleich wieder weg. Gut, wir gehen auf 40. Alles klar. Oder, komm, wir gehen auf 50. Ich bin ja nicht so. Also, da sieht man sogar die Vorbereitungszeit. Der Preis der Zutaten. Okay. Krass, ne? Okay. Ähm, Milch, nein. Sirup, nein. Nö, das war es auch schon. Nächster Schritt. Ähm. Preis, 58 Cent. Äh, speichern. Espresso. Was nun? Für Kinder? Nein. Sehr stark. Okay. Hä? Okay, zeig mir wie. Also, Menü öffnen. Dann klicke ich auf das Menü-Symbol unten links. Ist klar. Rezept hinzufügen. Okay. Da kann ich das Rezept entfernen. Da kann ich den Kaffeepreis ändern. Und die sind gesperrt. Ach, das muss ich rüberziehen. Alles klar. Ähm. Marge. 2 Dollar. Preis 2,41. Kann ich den Preis auch anpassen. Anpassen. Ne, komm, das lassen wir jetzt halt mal hier. 2,50 ist doch gut. So, den Americano. Äh. Oh Gott. White. Ähm. Die brauchen nur Milch. Da brauche ich einen Milchaufschäumer. Americano. Erfordert Kaffeebohnen und Wasserfilter. Aha. Heißes Wasser, 120 Milliliter und Espresso. Aber ich bin dann schon so, dass ich sage, ich tue hier mal ein bisschen mehr Espresso rein. Und ein bisschen mehr. 150. Genau so machen wir das. Ja. Das passt. Speichern. Also man kann hier auch eigene Namen, ähm, machen. Das ist nicht schlecht. Der müsste jetzt ja noch so sein, oder? Ne. Ist es nicht. Ist es bei Espresso? Okay. Dann lassen wir das eben so, wie es ist. Und, äh, nochmal einen hier. Den White Americano. Americano. Oh, das passt schon. So. Zumachen. Flat White zum Menü hinzufügen. Kann ich das nicht erst lesen? Weg. Flat White. So, zack. Kim. Durch das, dass ich einmal geklickt habe, kommt jetzt kein Text mehr. Jetzt muss ich immer klicken. Du hast zwei grundlegende Kaffeesorten in das Menü eingefügt. Manche Kunden sind jedoch etwas wählerischer. Sie möchten vielleicht etwas Ausgefalleneres trinken. Jetzt lernen wir, wie du mit dem Kaffee-Editor deinen eigenen Kaffee kreieren kannst. Okay. Äh, verwende den Kaffee-Editor, um dein eigenes Rezept zu erstellen und es dem Menü hinzuzufügen. Öffne den Kaffee-Editor. Ah, hier. Nein. Doch. Ähm. Neun Kaffee erstellen. So. Nennet deinen Kaffee. Wir machen jetzt halt mal hier einen Pusche. Nächster Schritt. Und wir packen hinein, äh, Espresso. Espresso. Wir machen... Eisse, Milch. Und... Äh... Vanillesirup. So. Vanillesirup, allerdings nur... So eine Spur. Oh. Ah, das ist, äh, für Touristen super. Dann machen wir hier die Elf. Techniker. Ne, wir gehen auf die, auf die Elf Milliliter. Heiße Milch. Ich schau mal, wie sich das verändert. Aha. Ui. Da, oh, da gehen aber viele hoch. Warte mal, ich bleibe mal auf 180. Dann wird das eben einfach ein bisschen besser. Das lasse ich. Speichern. Der Puscher. Erstellten Kaffee zum Menü hinzufügen. Okay, das heißt, ich hau den Americano mal weg. Und tu dafür den Puscher mit rein. Jawohl. Äh, schau dir das Menü an, um deine Kaffees zuzubereiten. Brauchst du Bohnen, Wasserfilter, Milch und Becher zum Mitnehmen. Lass sie uns bestellen. Ähm. Öffne das Fenster Vorräte. Vorräte? Wo? Ah, da oben. Alles klar. Moment. Ich versuche das ja schon selber irgendwie rauszubekommen. Okay, Vorräte. Bestelle Kaffeebohnen. Ähm. Mespresso. Oder Dreamway. Ja, wir bestellen natürlich die Dreamway, oder? Was ist? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie viel Geld habe ich denn? 3.000. In vier Stunden. Geht nicht, ne? Okay. Bestelle Wasserfilter. Schokolade. Basis. Achso, da, Wasserfilter. Ja. Äh, Bestellung. Wie viel soll ich denn bestellen? 5? So, bestelle Milch. Das sind dann die Zutaten, ne? Äh, aber wie viel Zeug es da gibt, alter. So, bestelle Becher zum Mitnehmen. Aber halt, wir brauchen doch noch... Wir brauchen doch noch mein... Mein... Sirup. So, ein Wegartikel. Becher zum Mitnehmen. Ich hasse diese Dinger eigentlich. 25 Stück. Na, da komm. Kaufen wir gleich 250 Stück. Die Vorräte sind bestellt. Jetzt musst du nur noch ein bisschen warten. Wir leben im 21. Jahrhundert, also wird die Drohnenflotte die Lieferung übernehmen. In unserer Welt sind die Menschen mit der Drohnenlieferung ganz gut vertraut. Klar. Yo. Hole Paket ab. Hole Paket ab. Wasser... Wo hast... Wo hat... Da hinten im Ding? Da wahrscheinlich, oder? Äh, für den Kauf des Badezimmers brauchst du ein Cafélevel von mindestens drei goldenen Bohnen. Ah. Okay, zeig mir wie. Ach, die sind da. Alles klar. Äh, dann muss ich erst mal laufen lassen, oder? Miau. Cool. So. Äh, klicke auf das Paket, um es abzuholen. Ah, und es wird dann automatisch dem Inventar hinzugefügt. Noch was? Da. Okay. Äh, prima. Jetzt hast du Kaffee auf dem Menü und Vorräte auf Lage. Es sieht so aus, als könntest du loslegen. Aber wer soll den Kaffee zubereiten? Lass uns einen Barista einheuern. Alles klar. So, klicke auf Mitarbeiter und heuere einen Barista an, damit der Kaffee für die Kunden zubereiten kann. So, eröffnet das Fenster Mitarbeiter. Ich vermute mal, dass das hier oben irgendwo ist. Mitarbeiter. So. Stelle den ersten Mitarbeiter für die folgende Stelle ein. Barista. Die erste ist also ihn hier. Okay. Barista. Introversion. Äh. Dienstalter ein Jahr, 56 am Tag. Okay. Herzlichen Glückwunsch, dass gerade deinen ersten Mitarbeiter eingestellt. Er wird dir schnell dein Geld aus der Tasche ziehen. Jetzt musst du nur noch seinen, ihren Arbeitsplan festlegen. So, klicke auf das Uhren-Symbol, um die Arbeitszeit für den Barista festzulegen und warte, bis er, sie zu arbeiten beginnt. Okay. Öffne das Fenster Zeitplan. Ich vermute mal, das ist das Ding hier. Ähm. Erstelle den ersten Zeitplan für den Mitarbeiter der Stelle Barista. Ziehen. Okay. Ähm. Wir haben jetzt 1.22 Uhr in der Früh. Äh. Ich würde sagen, 6 Uhr ist doch ein guter Arbeitsbeginn, oder? 6 Uhr bis um 12 Uhr. Okay. Äh. Wir müssen es laufen lassen, ne? Okay. Dann machen wir hier mal zu. Closed. Ich kann die Tauben wegjagen. Äh. Aber ich habe ja nur zwei Tische. Hm. So, also wenn dann natürlich, äh, ne? Ich würde mal sagen, Sleepless ist doch ganz gut, wenn man so früh aufmacht, ne? So, wir haben bereits 5 Uhr. Das heißt, wir werden gleich unseren Barista das erste Mal hier haben. Und 5.50 Uhr. Und 6 Uhr. Äh. Spielverlauf. Kapitel starten. Ich glaube, du bist bereit, dein erstes Kaffee zu eröffnen. Lass uns das tun. Ähm. Kaffee eröffnen. Öffnen. Badao. Oh, ja. Hier wird gerade Geschichte geschrieben. Du hast gerade dein erstes Kaffee eröffnet. Ist das nicht ein tolles Gefühl? Ich wünschte, ich könnte deine Gefühle jetzt spüren. Wie auch immer. Lass uns den ersten Kaffee verkaufen und etwas Geld verdienen. So, verkaufe einen Kaffee. Übrig, eins. Yeah. Espresso. Herzlichen Glückwunsch. Dein erster Kunde hat einen Kaffee gekauft. Du wirst reich sein. Nun vielleicht nach dem Verkauf von Millionen davon. Aber war der Kaffee auch gut? Zum Glück kannst du das Gedankenlesegerät benutzen, um herauszufinden, was deine Kunden über ihre Erfahrungen im Kaffee denken. Das ist sehr wichtig. Jede Bewertung wirkt sich auf deine Bewertungspunkte aus. So, klicke auf einen beliebigen Kunden. Der Preis von Espresso ist sehr günstig. Schließe das Kundenfenster. Ne, warte mal. Sitzt im Kaffee. Zufrieden. Okay. Oh, Folge mit Kamera. Okay. Statistik. Achso, in der Demo nicht verfügbar. Aber ist interessant, ne? So, Tutorial abgeschlossen. Fortschritt des Tutorials zurück zum Menü. Alles klar. Dann zeige ich mich auch wieder. Super. Demo-Mission spielen. Wenn es die tatsächlich noch gibt, diese Demo-Mission, dann würde ich sagen, packe ich die in den nächsten Part. Wenn nicht, dann soll es das auf jeden Fall mal gewesen sein. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich hoffe nur, dass es auch weiterhin das hält, was ich jetzt halt mir hier verspreche. Alles klar. Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like. Dann schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Schönes Wochenende. Was auch immer. Ciao, ciao. 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 Ciao.